Moin Leute! Herzlich Willkommen zur zweiten Folge einer weiteren Folge von Busse Monana auf der Xbox One. Wir fahren die Linie 1 bei Nacht. So passt das Ganze. Und dann aber. So. Und die Tür öffnen. Und sehr schön auf, was wir uns bei mir sehen. Ich selbst jetzt zwar nicht unbedingt, aber ich finde, das schaut so aus wie in den Lied. Die Mercedes-Benz, die kann ich nicht mehr. Die kann ich auch sehen. Mit diesem Dome, ich will das eigentlich nicht mehr. Da ist ein bisschen dunkel. Lass uns an. Dann so mal schön anmachen. Anbrücken. Und jetzt fließen. Kameratz hinfriert. Und dann knack ich auf den Karten und drücke mal auf den Schlaf. Da haben wir eine Pfanne. So. Aber dann ist auch gut. Dann geht's los. Ab hier bis hier. Das ist ja was an Busse Monana. Das ist ja gut. Ein bisschen Schleifert, weil es geht. Da kann ich das nicht mehr so aufmachen. So. Das sieht aus wie Sie mir sehr im Nachhinein. Das ist ja eigentlich gut. So. Hier läuft jetzt eine Pfarrkraut. Bitte! Bitte! Kann ich bitte in den Fahrrad nehmen? Nein! So! Einst hier ohne Briegel, Passagion und Forma! So! Irgendwie von der Hörs Ah, sieh dir denn da? Hier ist die Fahrkarte. Hier. Ich bin übrigens von der Böse. Jetzt hören wir, dass ich noch keine Hand bin. So. Dann. Ach, hier ist es hier. Oh, ich bin falsch gefahren. Was sind das hier? Ja. Die Kanne. So. So. Kannst du noch aufs Glockig schalten, du? Ich hoffe, du bist klar. Hier, du bist klar. So. Ich glaube, ich werde jetzt aus dem Lücken. Ich bin falsch. So. Ich bin falsch. Lüsterbrenntelte, sie entş recuerden. Oh genau. Sie haben das Licht nicht angelücken. Auf? Nicht was? Tannen Sie. Ich weiß nicht, was ich mir gesagt habe in der letzten Folge, der wusste immer lange, dass ich leise Leser-Zeit auch habe, ich wollte es eher ganz drüben. Ich habe das Gefühl, dass wir alle Bilder haben, dass wir nach dem Punkt baden. So, dann lassen wir uns noch ein bisschen aufschauen. Aufschluss, aufschluss, aufschluss. Aufschluss, aufschluss. Aufschluss, aufschluss. So. Nächster Halt, Narnspeicher. Nächster Halt, Narnspeicher. Nächster Halt, Narnspeicher. Nächster Halt, Narnspeicher. Endlich haben wir eine Bus angenommen. Nächster Halt, komm doch alles dabei noch mal raus. Nächster Halt, Nennspeicher. Nächster Halt, Nischweicher. Nächster Halt, Nernspeicher, T abilityторы. Schauen wir auf das Wasser frei. Nächster Halt, Nischweicher. So, die haben reingeständig hingestiegen. Wiedersehen. Ja. An. Auf. So. Dann. Einmal. Danke. Bitte. Oh. Einmal. In der letzten Folge kam endlich raus, dass halb eine Zwillingschkissler hat. Christina. Geh. Sieh. Siehmein, Siehmein. Es ist einvielfielfielfielfiel. Aber ich finde es dann seltsam, aber auf alle Fälle gefühlt, dass man die Zeit, wenn man erst abgesehen bekommt, man sich nicht ausfällt und die Zeit bleibt nicht auch weggegangen, wenn man so ein Gefühl ist. Aber ich glaube, dass ich jetzt mal mehr verbrochen kann. Ist er noch da raus? Das wird jetzt wieder. Irgendwann schlägt das nicht mal bei den Worten. Oh, ja. So ankommen. Okay. house- ... ... ... ... ... ... ... ... Dann hast du es. Ja! Nächster hat er Ich kann das jetzt machen. Komm! Normalerweise würde ich eigentlich wieder eins machen. Ja. Der muss nicht warten, weil immer noch so ein bisschen. Oh! Ah! 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 Hallo! Du bist mit allen messen! Ach! Danke! Oh! Ich bin bestimmt die perfekte Faktposition. Das ist ganz. Ganz einzige Wuppertreife. Ich hätte gerne einen Passant bekommen. Frühstück. Einzelne, Nummer zwei. Junge. Bei 3 sind die Fakt. Alles. So. Wunder von außen. Unser schönes Halb, wir haben auch noch ein Halb, ist halb. Hier ist die Fahrkarte, und hier ist die Fahrkarte, und hier ist dann hier, ich sag... Ah, Schwarzfahrer! Der erste Schwarzfahrer in der 718, und müssen wir umzulehnen. So, wir müssen fließen, und wir können drücken. Dann werden wir erst dabei, und wir müssen Fliegen kommen. Und Jan, komm hier hin, Leute! Ich brauche eine Fahrkarte! Ich will! Und hier kommt das auch mal nicht von mir. Okay. So, alle springen, und so das gut aus. Ja, Wahnsinn! Lass uns gut. Wo ist die Kirche des Zischen? Wo sind die Kirche auf? Wer ist die Kirche? Lahm und der에 v statutiert sind hin? Als N JASON sagt vor dem Schwarz ι ganz. Danke, dass Sie so künftig sind. Sie sehen mir jeder gerne. Wie sehen wir uns weiter? Gut. Gut zu Deutsch. Das sieht zwar nicht so schön aus. Es war besser als das Thema Deutsch. Achso, hier. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Die Fahrkarte wird in Bromachung. Wir sind in Bromachung. Hier ist die Fahrkarte. Die Fahrkarte wird in Bromachung. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Wenn Sie in Bromachung gut gehen, Wenn ich dann die Zurückfahrt, muss ich halt ja nicht mehr fahren. Die muss einfach abkommen. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber er ist auf sich nicht mehr ausgezahlt. So. Ja. Für alles aufsteigen, müssen wir nicht mehr fahren. Nein. Nein. Uff. Wir schauen. Hallo. Ah. Seht ihr das nicht mehr? Ja. Ich weiß nicht, dass Sie noch da sind. Ach, da kann man noch. Auf dir auch nicht mehr irritation. Ach so. Und hier 접종 aufbauen. Ich rufe nicht mehr. Oh, fuck! Da ist noch ein paar andere Schöne. Ah! Huh! Ich muss weiter dich annehmen. So, ich denke ich könnte heute noch mal ein, 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 ein ein, ein. Ein, 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 ein. Auf den Zielen, auf den Zielen, auf den Zielen. Juhu! So, jetzt ist es los. Los, los, los! Hey, one up! Er hilft, dass der Lerner gut ist. Auf der Stelle einzuspieler. Und er will auf den Ruhmeln. Ich fahre die neue Strecke. So, die kann ich gleich der Lerner. Ich muss noch mehr mit der Lerner. So. Ähm. Ich darf nur die... Ach so! Ich bin das. Das ist anders. Juhu! Irgendwann da kann ich jetzt anziehen. Hier hin. So. Wir fahren aber trotzdem. Als wir hier. Aber. Ja. Schnellstoff machen wir hier. An. Wir fahren auf. Und super. An. Alle Leute, schön auf deine Strecke. Wird gewartet. Deine Strecke hat sich. Wen die geändert. Ja. Lieber. Wie. So. Fahren. Und. Licht aus. Gut gebaut. Licht. Angemacht. Hier ist das Licht. Komm an, komm an. Komm an. Komm an. Kann ich bitte eine Frage haben. Oh. Kann nur wenn ich wieder auf. Dann. Ja. Okay. Und dann hat sie noch Passen. Wissen nicht. Oh. Ähm. Dann ist eben. Ja. Ja. Na klar. Hier. Mit Augenblick. Na klar. Hier. Bitte. Hier. Keiner. Hey. Lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Ja. Glaube ich auch. Es schaut einfach nicht so wie wir sind, dass wir es anmachen. Haben wir es ja nicht. Ja, natürlich. So. So. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. So. Die Öffnung. Und ab. Kommen Sie ran. Die Tänne im Hals. Alles in den Sinn. Dann. Sie gehen. Die Tänne im Hals. Sie gehen. Die Tänne im Hals. Sie gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 So. So. Auch hier nur eine. Ah, da ist die Sachen so gut, gut, toll nicht. Was kann ich jetzt nicht sagen? So. Hier kann ich... Hier kann ich... Ich hab' Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Da sehen wir die Werbsache mal jetzt. Dahh! DaƯ – Da landmark. Ahí geht's— Oh... Drei... A. Das war's. Was ist das? Was ist das? Ja! Wendschweige Wendschweige rymst Rosemmid Mies Entschweige! Das hört sich gemein. Danke! So, dann... ...und dann, wenn das Stück... ...und dann, wenn das Stück... ...und dann, wenn man sich das ganze Urheben... ...und dann, wenn man sich das ganze Urheben... ...ah, mir hört sich auf mich, wie ich das ähne! ...und dann... ...und dann, was ich noch ein- Ein Buch auf die Kali, auf die Kali, auf die Kali, Kali. So, unter links auf Südspalke. Und unter links ins Kali. Letztone-Szen! Oh, come on. Okay? Okay. Okay. Nein, das können wir nicht. Das können wir nicht. Ich komme. Ich komme. Nicht verhalten. Nicht speichern. Endstation. Bitte alle raussteigen. So. Sehr künftig. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke für die Mitfahrbahn geht noch nicht. Äh, meiner Meinung nach. Und sehen wir uns weiter. Und zieht eure Kühle ab. So. Fahrt beendet. Neu kunden. Achtung. Und einen neuen Bus freigefahren. So. So. Jetzt bilden wir uns noch einmal Fahrraddier weiter zur Strecke. Hier gibt es die Linie 1. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich sage nur, danke fürs Zuschauen. Schaut auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wenn das heißt, bitte einsteigen. Also zusammen. Tschüss. Und dann gehts zu den Leuten nach. Bis zum nächsten Mal. Schaut auch gerne beim nächsten Mal. Und was. Dann kommen wir aus. Schaut auch gerne beim nächsten Mal. , dann im dran.